Das haben sie eben gehört, ist gesichert und erste Chance für den FC. Dem ersten Torangriff eingeleitet von Pucki, Fuchs nimmt den Kopf hoch und sieht den Umgang. Gut mitgenommen von Pucki, aber schön gemacht hat er sehen. Also das 2 zu 0 für den FC Schalke in der 25. Minute, das erste Tor hat er eingeleitet, das ist rechts. Ich finde er spielt es auch viel viel besser, jetzt schauen wir erstmal auf Goretzka, auf Scholeu und auf Pucki. Das kriegen wir Pucki. Das ist ja der Neustädter im neuen Spielsystem, im 4-4-2 mit zwei Spitzen, einer davon ist er und er trifft. Erstes Tor, ein bisschen Erfahrung hat er schon, da lässt er ganz entspannt Chris. Schalke führt 5 zu 0 durch die Tore von Scholeu, Pucki traf der Doppelpack. Klaasian Huntelaar, wie Huntelaar. Clemens mit der Vorarbeit für Julian Draxler, der das hier in Ruhe zu Ende spielt. Das haben wir ja mit ihm in Dortmund auch schon manchmal erlebt. Und jetzt kommt Aachen, das wird auch jetzt Kinderärgern, Ausgangspunkt für den Aachener Ballbesitz war Philippe Santana.